ja wir kommen zu einem neuen projekt einem neuen samstags projekt ja eigentlich sonst mit ford aber ja das liegt daran dass heute abend ein wenn man mal der 3-race stattfinden soll und ich vorher noch top oder floppen und teils auch serax teils aus den teils produzieren muss aus zeitgründen um mich halt auch das race vorzubereiten aber in den nächsten parts wird er dann wahrscheinlich auch dabei sein ja wir legen mal los und ich bin gespannt was ich telltale hier ausgelacht hat zu diesem ja spiel vor allem wie sie es aufgebaut haben bin ich sehr gespannt das brauchen wir nicht diskussion teil ja gut das brauchen wir auch nicht extras einstellen episoden wir gehen auf episoden natürlich ok was haben wir haben sie sind pass gedöhnt haben wir gekauft dass eine ganze division drin wir haben diese 1 2 3 4 und die fünfte stadt des lichts ja und daran brauche ich jetzt nicht wir fangen einfach mal an also ein regler kann man noch ein bisschen regulieren das wird zu reichen bett haben dass das von den separaten ausrüstungen bin es um die fläche blau ja gut das kann man noch einstellen wir nehmen rot ist ein bisschen schwer zu erkennen ich würde sagen wir nehmen einfach die farbe gelb wieder mal ein langer load screen weil das kennen wir schon von walking dead aber das ist ja nicht das ist madman telltale series wissen wir schon rathaus 20 32 hey was hast du schlauen 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 Das war's für heute. Der Text ist ein bisschen klein, muss ich, wenn Forstmann dabei ist, dann wieder etwas vergrößern. Das war Commissioner Gordon. Gordon, Sie sind auf der 52nd Flüge. Ich gehe in. Hey, warte, warte für Backup. So needed. Take the stairs. Ich habe eine Geschichte, du kennst. Sie haben drei in einem Ambulanz. Die resten, in Body Bags. No wonder die Autos haben ihn tot. Hey, hast du ihn gesehen? Ja, Gotham Zoo. Mit allen anderen Flügelern. Ja, und da ist er auch schon. Was ist das? Ist das mal schön mit der Batclaw eingepfeffert? Scheiße! Der Heldige Gau? Was in alles kommt, nicht lass es raus. Ich bin gespannt, weil ich kenne die Batman-Spieler nur von der Arkham-Reihe, aber das ist jetzt was ganz Neues für mich. Mal gucken, was Telltale daraus gemacht hat. Wer ist das? So, benutze den Kreis und... Ah, okay. Zwei. Ah, eine kleine Gasbombe. Okay, noch Dings und X. Ah, come on! Come on! Das ist schon ein bisschen anders aufgebaut als die normalen Walking Dead-Spiele. Also ziemlich Action, dachte ich, wie es scheint. Ah! Ach, X-NV-2. X-NV-2. Ah, zu spät, schade. Hm, oh! Wow! Whoa! Ah, fuck! Das war mir ins Catwoman gerade. Tschüss. Bis jetzt sieht es interessant aus. Ich bin gespannt, was dann noch kommt. Oh, ohne eine Schrappung. So weit. Das gehört nicht zu dir. Ich habe mich gefragt, ob wir crosspannen. Du hast das Verlust. Hier bin ich. Cut das Verlust. Das Verlust. Das Verlust. Das Verlust. Das Verlust, das ist, warum du all das machst. Du siehst in eine Schrappung, du siehst auf eine Karte. Die meisten Menschen, die sich so aussehen, enden in Arkham. Gotham braucht ein Hero. Someone, um die Leute wie du. Also, das macht mich, was? Ein Vellin? Das klingt Spaß. Ich muss es sagen, dass du ein guter Weg bist. Nice. One day, du kannst mich eigentlich catchen. Tonight. Don't you know not to corner a wild animal? Es ist gefährlich. Dann lass uns dich in eine Karte. Bring it, Bat. Ich muss gerade sagen, ich mag die Kampfpassagen im Spiel. Die sind echt cool gemacht. Na, gerade nicht so. Ich muss gerade sagen, ich muss gerade sagen, ich kann viel. Ich muss sagen, es geht schon sehr schön, lasst dich loszuspielen. Ich habe ihn, ich habe ihn, ich habe ihn! ich glaube dass da unten so eine art live anzeige die ich habe einfach mal geklaut ich gehe zu all that trouble for this shit Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Oh, no. Oh. 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 I guess I was wrong about you catching me. Not sure if it was for my sake, who yours? Kein Kampf, oder du schlägst. Oh, aber das ist das, was du möchtest. Der Kampf. Ich weiß Menschen wie du. Ich bete. Fängt genial an, muss ich sagen. Fängt schon mal sehr genial an. Bruce Wayne ist übrigens Batman. Und das ist der Mann dahinter. Und das ist wahrscheinlich Alvoret. Zeit, um zu retten. Batman. Und willkommen in Gotham. Danke. Danke, alle. Ein verehrter Staatsanwalt wie ich ist, ist nicht an so einer reingenden Anwalt. Und sogar einer, der die Gotham in halb. Es ruckelt ein bisschen das Spiel. Es ist gerade nicht die Aufnahme, das ist wirklich zu spiel. Es ist gerade ein bisschen ruckelt. Also, das habe ich auf dem TV auch gerade. Es ist nicht die Aufnahme, das ist wirklich auf dem TV gerade. Das ist schon nicht die CD oder so. Wenn nur Mr. Wayne, mein Kampagnes größtes Backer, hätte diesen Applaus gehört, hätte er... Ja, da ist er. Fashionable und fashionably late, wie immer. Say hi, Bruce. Willkommen zu Wayne Manor, alle. Meine Entschuldigung für den schnellen Anwalt. Oh, nicht zu worry, Mr. Wayne. Wir haben sich alle sehr komfortiert. Vielen Dank. Vielen Dank wieder, alle, für Ihre unverlässige Unterstützung. Und zusammen. Wir werden uns in Gotham verändern. Mr. Wayne, danke für deine Hausaufgabe zu uns. Ich weiß, dass es die größte Mansion in Gotham ist, aber ich glaube, dass du hier nicht verloren hast. Wo warst du? Ich weiß, dass du den blöden und zufrieden angeln bist. Der kurde wir liebungen mit den Donnern, der kurde jeder wird dich allein geben. Ich wollte nur eine Entschrift auszudrücken. Wollen Sie eine Entschrift machen. Ich hätte es, dass du fast das in der Stadt bist. Du bist eine Pillar der Stadt und meine Kampagne. Ich brauche dich hier, tuxedoed in shaking hands no one came here tonight to see me we want to see the Bruce Wayne am I right and I can see him just fine from here it shouldn't be painful it's not a kidney stone tell me a little facetime with potential donors your face specifically with a mouth that saying support Harvey Dent where the grease they're the wheels Harvey Dent a little liquid courage before facing your adoring public this will help you to Bruce ah we are having ah yeah stimmt stimmt ich weiß wenn ich weiß wenn we have to shake things up to make that happen well we can start with a few hands mm-hmm come on mr. Wayne I'd like to introduce you to Bob and Regina Zellerbach of course I know these two hello Bruce Regina here is the chairwoman of Wayne Enterprises and her husband voted for mayor Hill last time I'll admit it mr. Wayne I don't know mr. Dent from a pothole on Main Street but I trust your family if you believe in Dent we believe in you after all whoever you support is a reflection on you and we trust someone like you to leave this city to greatness well I'm flattered truly but this night is about getting Harvey Dent elected so he can fix those potholes I think I speak for half the room when I say politicians are puppets oh come on now Bob I'm not a politician I'm a crusader no strings attached old families like ours should flock together you know like birds you're preaching dear no it's true the Wayne's and Zellerbach's are reminders of the golden age of Gotham this city's luster faded years ago mr. Dent look at Gotham now murder in the streets corruption in city hall that cape bat freak dealing out with the money just like it's wild god damn west oh Bobby regarding golden age seems you're getting cranky in yours there's always hope forgive me for being blunt but one man can't save this city and it's a dangerous mentality to think so that's how you get creeps like this Batman Harvey Dent is our best shot put him in a room with anyone for 15 minutes and that grin will win him over he's gonna need more than that son it hasn't been 15 minutes yet Bob you've still got time and don't worry though I am not doing this alone with Bruce's help we're replacing the dangerously unsecure Arkham Asylum with a state-of-the-art mental health facility to help Gotham's most at-risk individuals there will be dedicated to Thomas and Martha Wayne and the homes that their friends will never be repeated after all your parents did for this city to be killed in a botched robbery in some alleyway it was terrible truly terrible a tragedy like that at such a young age it must have been crippling if only that deranged man had gotten the right treatment maybe well I don't like to think about maybes and I'm sure you don't either well Harvey is the one who's been behind the project since day one the vote for him is a vote for the memory of my parents you'll have it thank you thank you thank you both it is a night of ringing endorsements Oh, well, hello. Harvey Dent, Gotham's next mayor, and eager to know you. Vicky Vale, not interested, and reporter for the Gotham Gazette. This is a private fundraiser, Miss Vale. No reporters allowed. Well, you don't mind if I stay and ask a few questions, do you, Mr. Wayne? Well, you can ask me whatever you want at the press conference tomorrow. No, no, it's all right. You can stay. Thanks. Bruce? This is quite the social event, Mr. Wayne. Oh, come on now, so formal. Call me Bruce. Well, Bruce, you've been going around pleasing everyone tonight. But how are you doing? You should enjoy your own party. Before all the champagne runs out. Everyone loves the host. You're king for a day. Just a day? Oh, I would have guessed Bruce Wayne has that feeling year round. Yeah, well, I take nights and weekends off. Mr. Wayne, you've got something on your collar. We want to tell you, Mr. Bruce. We want to tell you, Mr. Bruce. We want to tell you, Mr. Bruce, another guest has arrived. I'm sure they'll find the bar. You may want to greet this one personally, sir. Carmine Falcone? Is the Dent campaign soliciting votes from Gotham's biggest crime camp? Falcone's never been convicted of anything, except being a businessman who loves this city. Excuse us, Miss Vail. And what kind of business do you think he's in? The one that controls enough votes to get me into City Hall. This is the necessary evil of politics, Bruce. It's in the service of a better Gotham. For all of us. Look, at least hear him out before you kick him out. Falcone requested to speak with you directly. I don't like this, Harv. But I'm trusting you. Thank you, Bruce. Seriously. You know I have to pull every string I can to get elected. Yeah, well, just make sure this one doesn't hang you. Word of warning, Bruce? Bruce? Play nice. You know, I've been in the market for a new house. Decent walk-up, sky-high ceilings, plenty of room for my cars. I think I'll take it. Though the decor offends my eyes. Oh, man, all flash, no class. Well, you couldn't afford it. Yeah, right. Come on, Falcone. Thank you for welcoming me into your home. Ich trau diesem Gangster-Boss nicht. You're a respectable man, I hear. Gentlemen, perhaps we'll all be more comfortable in the parlour. Follow me, if you will. Okay, wenn das ein Speicherzeichen würde, testen wir es gleich mal aus. Wie immer. Ich denke mal, es reicht dann auch für die erste Folge. Testen wir es gleich mal. Bisher macht das Spiel einen echt coolen Eindruck. Ich bin gespannt, was Forst dazu sagt. Ich bin da echt sehr, sehr gespannt drauf. Und wie gesagt, dass ich die Kartelein gemacht habe, das hat eher zeitliche Gründe. Aber na ja. Und? Hat es gespeichert. Danke. Danke. Ja. Hat es. Gut, Leute. Ich würde sagen, das war es für diesen ersten Part von Batman Telltale Series. Bin gespannt, wie es weitergeht. Und ja. Bis nächsten Samstag. Ciao.